Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir sind hier im Dungeon von einem Mad God, glaube ich, hieß das. Temple of Mad God, genau. Eines verrückten Gottes. Also von mir. Bitte nicht ernst nehmen, ja. Und wir suchen einen Diamanten, damit wir den Weg zum Kristallturm finden. Also, beziehungsweise gesagt bekommen von so einem Magier aus der... Also, ne, der schon wieder. Hat aber diesmal nicht wirklich viel Schaden gemacht. Hat hier noch eine Tür? Nö. Hier sonst keine Tür. Aber die Ecke da habe ich nicht markiert. Also die ist nicht angezeigt worden. Jetzt haben wir sie. Boah, noch einer. Und der hat auch nichts. Warum haben die immer nie? Ich brauche Gold. Helftausend, um genau zu sein. Okay, hier sonst auch nichts. Geheime Tür vielleicht? Auch nicht. Und dann schauen wir mal hier. Ah, ich sehe da was blaues. Also, wir müssen gleich in den Keller. Hier wahrscheinlich. Ja, hier geht's in den Keller, aber wir sind hier oben ja noch nicht fertig. Und dahin geht's ja auch noch weiter. Ah, klar. Ah, klar. Komm, hau drauf. Hier in 50 Gold, immerhin. Bin ich aber gespannt, was da hinten gibt's. Noch mehr Skelette. Aua. Aber es tut weh, weißt du? Und er hat nichts. Jetzt bin ich gespannt, was hier gibt's. Okay, die Seite scheint nur unter Wasser zu sein. Alter, der Dungeon ist ja riesig. Aber wir sind hier noch nicht fertig, deswegen. Gehen wir mal hier hin. Okay, hier kann man nur schwimmen. In diese Bereiche. Ausdauer geht auch schon gleich zur Neige, also. So, sag ich mal kurz einen Ausdauertrank trinken. Dann, Shift, J. Und nochmal. Biss. Okay, hier gibt's nichts. Ja, das ist auch ein bisschen enttäuschend. Wieder diese Mönche hier. Aber der hält ordentlich was aus. Er hat Gold. Kriegsakt, nehmen wir mal mit. Okay, hier gibt's nichts. Aber wir brauchen jetzt einen Ausdauertrank. Noch einen Ausdauertrank. Und noch einen. Digga, woher kommst du denn jetzt? Digga, was ist mit dem? Digga, was ist mit dem? Alter. Faket Sashi hat er. Drexmonk. Oh, jetzt kommen Eiswölfe. Noch einer. Hallo. Wollt auf die Map. Den ganzen Bereich müssen wir noch. Und dann ist die Frage, finden wir den Weg auch wieder schnell zurück zu der Tür... Oh, noch ein Mönch. Kann der nicht mal drauf gehen, endlich? Alter! Nehmen wir einen 36 Gold. Noch ein Kriegshammer. Äh... Alter! Die gehen mir jetzt aber auf den Sack. Die gehen mir jetzt aber auf den Sack. So, nochmal das und... Dann gehen wir hier mal durch. Dann gehen wir hier mal durch und gucken wir mal, ob wir hier irgendwo hinkommen. Oder wir gehen einfach noch weiter nach Norden. Hier ist ja nix. Was? Was ist denn das? Ein weiblicher Monk? Monk. Und... Ja, hier fehlt noch ein Stück. Den Teil haben wir noch gar nicht erkunden, sonst lassen wir wieder schwimmen gehen. Dann kann ich eben nochmal einen Schluck von meinem Kaffee trinken. Einen Moment. Oh, ist das heiß. Warte. War da ein Geheimgang vielleicht? Nope. Kein Geheimgang. Hier gibt es aber auch nix. Aber irgendwann kommen wir wieder hier an, dann können wir wieder Norden und dann dadurch. nicht. Natürlich. Und... 5. 5. Ah, diese Monks. 5. 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 7. 10. 11. 12. 11. 12. 15. 13. 11. 12. ok was machen wir dann jetzt wir könnten wenn wir jetzt hier reingehen geradeaus und dann jetzt richtung süden mal gehen und alles erkunden oder richtung norden wir gehen mal süden da ist ja nicht viel zu erkunden mehr soll ich hierdurch soviel zur richtung süden ok hier gibt es jetzt lava machen wir save game of 3 das ist jetzt sehr interessant dass hier jetzt auf einmal lava gibt es auch hier ist eine tür richtung norden oder hier wir gehen den da nach richtung süden geist auch nee wo ist er ich hoffe nur da kommt jetzt nicht direkt auf mich zu von irgendwo der ist nicht so schlimm 40 gold genau dann können wir hier jetzt durch hier ist keine tür ok wo sind wir hier das heißt die tür und dann richtung norden einmal was wahrscheinlich eine sackgasse sein wird hier haben wir jetzt erschrocken portion nehmen wir mal mit der lassen wir da den buckler okay hier haben wir die tür ok dann haben wir den bereich durch so wie viel fehlt hier noch schon augengroße stübert hier fehlt jetzt hat die frage gehen wir hier durch oder hier durch nach norden oder hier jetzt sagen den weil der ist näher aber wir müssen eher den ganzen weg wieder nach süden zurück hier 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 und hier noch mal schauen genau jetzt hier einfach geradeaus durch und hoffen dass kein trock dahinter da ne da ist der bleib tot okay hier geht es nicht wirklich weiter also nicht wirklich weiter nach norden meinte ich wohl vielleicht müssten wir da gleich mal schwimmen oder wir gehen noch da durch hier wir sind jetzt hier rum gelaufen also gehen wir bleiben wir jetzt hier so welche tür ist denn das ah die hier wären wir nicht weiter gekommen okay dann gehen wir mal durch diese tür und was hier hinter ist schätze sind sich aber ganz schön wenig hier hier ich meine diese dungeon weil ich mir was er hoffe an gold oder so dir enttäuschen Und der hat nichts. Und auch nichts. Das müsste jetzt die nördlichste Wand sein. Ja. Den nördlichsten Rand haben wir entdeckt. Hier geht es nochmal irgendwo hin. Ja. Irgendwohin. Ja. Zufolge lohnt hier der Weg. Hier kann ich hier mal reinschwimmen und schauen, wo das uns hinführt. Kommt nach Norden, über die Tür. Ey, das enttäuscht mich jetzt wirklich keine Schätze hier. Irgendwo ist ein Geist. Den hört man. Jetzt machen wir mal Kopfhörer wieder ein bisschen lauter. Der ist hinter der Tür. Ach nee, jetzt bin ich auch noch desist. Ach nee, da ist noch einer. Aber auch 90 Gold, immerhin. Ah, direkt Zombies. Egal. Shield-True und nochmal Shielding. 18 Gold. Und ein Brautsport. Ach, da ist noch einer. Wir müssen dieses Shield-Ding etwas mal benutzen. Von diesem Zauber-Teilender-Ring. Wer haut mich? Oh, kommst du denn? Wir gehen hier mal rein. So, nochmal Shield-True. Und nochmal Shielding. Ja, Success. Nice. Dann fehlt nur dieser Bereich hier. Und dann sind wir hier in dem oberen Bereich durch. Und können dann in die zweite Ebene runtergehen. Gibt's ja gar nichts. Sehr enttäuschend, wirklich. Warte. Genau, hier rechts rein. Okay. Sehr enge Gänge. Ah, geil. Geil, geil, geil. Das heißt, wir gehen jetzt noch einmal hier hoch. Falls das die Möglichkeit ist. Und dann können wir hier rüber, direkt runter. in die zweite Ebene gehen. Ich habe das Gefühl, da drunter. Hier sehen wir noch was. Nö. Okay. Aber egal. Wir schwimmen jetzt hier so durch. Und dann können wir hier direkt durchgehen runter. Wir haben jetzt hier auch alles erkundet. Okay, bis auf den Bereich. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Weil wir da eh nicht sehen können. Außer wir hatten Passwall. Aber Passwall brauchen wir nicht. Wir kriegen das Spiel hier auch ohne Passwall durch. Hier schon richtig? Ja. Also der hier noch. Hier, der wird jetzt kommen gleich wieder ein Troll. Kein Troll? Okay. Dann heißt es ab in die zweite Ebene. Hier ist aber alles. ganz schön schwarz hier, finde ich. Also die Wände. Ich glaube, hier machen wir vielleicht nochmal ein Save Game auf die drei. Alter. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst hier rumzulaufen. Dass wir hier für uns verlaufen. Das scheinen alles nur so einzelne Räume zu sein, ne? Dann lassen wir mal kurz zurück. Die Tür auch noch durchsuchen. Das sind eher so Kerker. Oh. Skelett oder Medusa? Was ist das? Was ich hier höre? Wo bist du ein Monk? Komm schon. Das hat aber auch gedauert. 38 Gold. Noch ein Monk. 17 Gold. Noch eine Claymore. Oh. Wo muss ich hin? Okay. Da am Süden war ein Raum. Winzeln. Mit noch einer Tür. Du sei leise. Was willst du denn jetzt wieder? Hier nochmal Shielding. Mann. Oh. Oh. Das ist ein fucking Labyrinth hier. Ah, okay. Der führt im Kreis. Wo war jetzt hier die Tür? Also Tempel of Mad Gods. Kann ich mittlerweile nachvollziehen, warum der so heißt. Okay. Okay. Hier alchemitisch oder sowas. Das Labor. Ich gucke mich nicht an. Na klar. Komm schon. oder noch mal und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's, euer MaxDeus und ciao Outro Outro